Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir haben uns vorgenommen, dass wir etwa jede Woche ein Video hochladen. So ein Daily Vlog, das schaffen wir nicht. Schon gar nicht in dieser triesten Jahreszeit, wo wir es begonnen haben, im November. Im Sommer wäre es vielleicht kein Problem. Aber im November oder in einer trüben Jahreszeit macht man ja auch weniger. Und darum zunächst erstmal nur jede Woche ein Video. Nachdem es gestern leckere Pizza gab, gehen wir heute zu meinen Großeltern. Und da gibt es nach alten Familienrezepten leckere Kartoffelpuppe. Und da gibt es noch ein paar kleine Franken, wo wir vielleicht auch bei mir. Musik Guten Morgen, heute geht die lustige Esserei erst richtig los. Heute gehen wir in ein bayerisches Restaurant zum Edelweiß. Und ja, bis dann. Musik 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 Hier hat man Edelweiß angekommen, hier ist es auf der Fall eben geschmückt mit den Glockenmelzen und... ja. So, der erste Jagat-Tier des Jahres ist ja lecker. Und zum Essen hat hier natürlich schon was ausgesucht, nämlich, wo haben wir es denn? Die ganze Schweinshaxe mit Rotkohl. So, ich hab Fischdichtchen bestellt und dafür gibt's dir jetzt noch dazu einen kleinen Kinderteller mit Kauze und... jetzt gehen wir die Kauze rein. So, brauchst du Ketchup und Ries? So, ich hab es rausgebe, ich hab es rausgebe. So, ich hab es ja, ich hab es ja so! So? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt sind wir auf dem Edelweiß wieder zurückgekommen, sind wieder zu Hause und das Edelweiß hat vor kurzem auf dem Sender Kabel 1 bei der Sendung Mein Lokal, Dein Lokal den ersten Preis bekommen und wir waren auch sehr zufrieden heute. Und wir hoffen, das Video hat allen gefallen, falls nicht, wir wissen selber, wir müssen noch ein bisschen mehr üben, vielleicht auch das erste Video. Und was sagt man am Ende immer noch von so einem YouTube-Video? Daumen nach oben geben und abonniere nicht vergessen. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.